Ich mach das wunderbar! Was ist denn da los? LSA ist gelockt. Sie haben eine insane Teamfight. Die Sammlungs-Teamfight ist auch stark. Ich glaube, nein, wird sich wahrscheinlich in unmittelbar den nächsten Minuten... Erstmal um die Mitteleckte, Mann. Hier, Crown. Schöner Flächen. Oh, kann man den zweiten! Nur sie zu langsam. Der muss jetzt vielleicht fallen für diesen Fehler. Oh, Crown, der kriegt den hier im 3 gegen 1. Überlebt er den Gank und holt noch den Kill. Das wird nicht passieren. Der Fisch hat fast 4.000 Labels auf. Da muss ich natürlich abfangen. Oh, zack! Da kommt er mit dem E ran. Wird sogar noch schön in den Nexus reingepusht. Und damit ist quasi das Spiel entschieden. Man will noch ein bisschen was für die KDA anscheinend tun. Und reißt ja noch jeden ab, der Bock hat zu sterben. Cloud9 wird in den Boden gerammt. 27 Minuten, nach 25 Minuten wäre es technisch gesehen möglich. Aber man hat ja noch 2 Minuten den Nexus verteidigt. Katastrophale Leistung von Cloud9. Outpox meistens mit einem Varus in den Jace, weil du einen so viel geringeren Cooldown hast. Kommt nicht unbedingt auf den Prog setzt, dass wir... Oh, CP jetzt hier von hinten raus. Die Gie wird festgehalten. Jetzt nochmal aufgespießt. Oh, Kennen! Oh mein Gott! Drei mal Sanodars, die Shockwave! Wo das der ganze Fight in einer Sekunde... In fact, Inten wird einfach voll ödereit. Überlebt das Ganze aber richtig lange. Nee, nee, der überlebt das... Lange, ja. Da geht es natürlich dazu. Aber er... Das war genau dieser eine Teamfight. Das darf doch nicht passieren! Super mit der Double Kill! Ruler easy peasy! Einfach Jensen vernichtet! Hat noch Flash Rally. Jeno kommt verzweiflungstechnik hier nochmal raus. Aber der Tower wird das nicht überleben und das ist Game. Das ist Game Number Two! So gut ausgesehen im Early Game. Ein Teamfight am Baron. Oh! Keine QSS für Sneaky. Wird ihm zum Verhängnis. Game Over. Samsung, ein Game vorm Halbfinale. Wahnsinn! Also ich meine auch wahnsinnig schwach. Wenn ich ehrlich bin. Wieder... Also diesmal stärker angefangen. Sagen wir es mal so. Es ist eine Steigerung da. Sie sind ja Team Sweep. Aber... Also das, was Jensen jetzt auch gerade geliefert hat, lässt sich einfach dreimal hintereinander out attack. Es waren natürlich ein paar Lucky Crits. Aber wenn 80% redet man selten von Glück. Die müssen dann komplett... Ja. Das hört alles oder nichts. Die müssen also... Ah, das klingt nicht so gut für Cloud. Nein, bis jetzt. Die Laning Phase so lang wie möglich zu halten. QB so lang wie möglich von Sneaky fernzuhalten. Den Sneaky. Oh, schöne Trap! Oh, die sitzt aber... Die sitzt gar nicht. Der rennt einfach durch. Ein bisschen reißt hier Sneaky den Schädel ab. Hat ein bisschen gedauert. Oh, der macht einfach weiter was mit dir. Oh, schön mit Tapcatch! Kombiniert! Aber dafür ist keiner da, der Ruler irgendwie verteidigen kann. Videos mit dem Double! Der nimmt den Nächsten! Ist das jetzt Schüppel? Da kommt Jensen! Oh, schade. Sobald Jensen kommt, ist alles wieder versaut für Videos. Aber! Flash raus! Crown wird das mal gezonen. Shockwave steht auch noch zur Verfügung. Also man kann ihn zurückwerfen bei Bedarf. Oh, der läuft sogar in der Luft. Kann man auch machen. Ultimate Shockwave wieder geflasht. Aber das war Greedy von Crown. Ne, QB ist da. Jetzt gibt's ein Double Kill. Der braucht er gar nicht. Zack! Wo ist der Hammer? Da ist er. Auf dem Boden gerissen und Tarmcatch. Oh Gott, du bist so ekelhaft. Und hier, das Ganze wird immer den Q locker beenden können. Oh, Kammer ist gleich wieder da! Putz! Finde ich rechtzeitig ärgerlich. Impact. Huch! Das waren zwei Ricochet-Krits, mein Sohn. Das ist der dritte. Na, kommt er einfach überhaupt nicht, Cloud. Nicht schnaden! Ui! Da fliegt der Kollege erstmal komplett durch die Face. Cooler konnte man abholen. Aber der Nexus wird fokussiert. Gooby macht da, denke ich, ganz guten Schaden. Und das ist es gewesen. 50 Gold gibt's für Ambition. Seine Ambition, das Spiel zu gewinnen sind da. Samsung Galaxy gewinnt gegen Cloud9. Eindeutig. Also da waren ein paar Chancen da. Aber das war David gegen drei Goal. Ja, definitiv. Das war eine absolut dominante Leistung von Samsung. Und damit auch NA aus diesem Turnier ausgeschieden. Macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's!